Hallo, ich bin Diane und ich bin 20 Jahre alt. Ich habe mich am ersten Tag an der Uni verliebt. Kein Witz. Ich hatte meiner Mutter versprochen, mich auf mein Studium zu konzentrieren und mich nicht in irgendwelche Typen zu verlieben. Aber ein Blick auf Brett und ich brach das Versprechen sofort. Wir verstanden uns sofort und schon bald verbrachten wir jeden wachen Moment zusammen. Ich kann nicht aufhören zu denken, dass ich ohne ihn vielleicht nie das dunkle Geheimnis herausgefunden hätte, dass meine Mutter und meine Tante mein ganzes Leben lang vor mir verborgen hatten. Wisst ihr, meine Mutter zog mich allein auf und ich wusste nicht, wer mein Vater war. Also, es schien, als sei meine Mutter herumgekommen. Sie wollte also wirklich nicht, dass ich in dieselbe Situation gerate wie sie. Ich beschloss, Brett geheim zu halten. Sie brauchte es ja nicht zu wissen, oder? Als ich in den Weihnachtsferien nach Hause fuhr, vermisste ich Brett so sehr. Aber ich konnte meiner Mutter nicht von ihm erzählen, also wartete ich, bis sie ins Bett ging, bevor ich ihn anrief. Eines Nachts erwischte sie mich allerdings. Sie muss auf die Toilette gegangen sein und plötzlich hörte ich Schritte. Sie stand genau dort. Ich weiß nicht, wie viel sie gehört hat, aber es war mir so peinlich. Ich dachte, sie würde mir das Telefon wegnehmen und mich ausschimpfen, aber stattdessen ging sie einfach zurück ins Bett. Es war so komisch. Am nächsten Morgen saß sie grinsend am Küchentisch und sagte, Na, wer ist er denn? Lad ihn doch mal zu uns ein. Sei nicht schüchtern. Ich konnte es nicht glauben. Ich dachte, sie würde ausflippen, aber stattdessen wollte sie ihn kennenlernen. Sie schlug vor, ihn zum Abendessen einzuladen, da meine Tante an dem Abend auch kommen würde. Meine Mutter und meine Tante waren wie beste Freundinnen und hatten mich im Grunde gemeinsam großgezogen. Also war ich aufgeregt, dass sie Brett auch treffen würde. Er nahm an diesem Nachmittag den Bus, da er mich unbedingt sehen wollte und meine Mama sagte, er könne im Gästezimmer übernachten. Sobald meine Mutter Brett sah, grinste sie mich an und flüsterte mir zu, wie gut er doch aussehe. Dann setzten wir uns zum Essen und fingen an zu plaudern. Meine Mutter hatte so viele Fragen an ihn und es war etwas peinlich. Sie wollte nicht aufhören und wirkte dabei so neugierig. Sie fragte, wo er aufgewachsen ist und was seine Mutter und sein Vater machen und fragte sogar nach ihren Namen und so. Währenddessen saß meine Tante einfach nur still da und dann stand sie irgendwann vom Tisch auf und ging in den Garten. Meine Mutter lief ihr nach und Brett sah mich besorgt an. Ich hatte keine Ahnung, was los war. Zehn Minuten später kam meine Mutter rein und ihr Ausdruck hatte sich total verändert. Sie war nicht mehr warm und freundlich, sondern total streng und kalt. Sie schaute Brett und mich an und sagte, sie habe entschieden, dass ich viel zu jung sei, um einen Freund zu haben, der bei mir übernachtet. Und dann bat sie Brett zu gehen. Ich konnte es nicht glauben. Ich meine, ich war 20 Jahre alt. Sie war so unhöflich. Also sagte ich zu ihr, Mama, warum? Kann er einfach bleiben? Ich flehte sie fast an, aber sie sah so ernst und bestimmt aus und ich wusste, dass sie ihre Meinung nicht ändern würde. Brett war sogar noch schockierter als ich. Ich meine, meine Mutter hatte ihn überhaupt erst eingeladen und jetzt scheuchte sie ihn weg? Er schnappte sich schnell seine Sachen und bestellte ein Taxi. Ich war so wütend, dass ich mich nicht mal von ihm verabschiedet habe. Ich brach einfach in Tränen aus und war so wütend auf meine Mutter. Gleich nachdem Brett weg war, rannte ich nach oben und schloss mich in meinem Zimmer ein. Und meine Mutter stand auf der anderen Seite und bettelte darum, mit mir zu sprechen. Sie sagte, es gäbe etwas, das sie mir sagen müsse. Ich weigerte mich rauszukommen und setzte mich stattdessen auf den Boden auf der anderen Seite der Tür. Ich konnte meine Mutter weinen hören und wusste, dass es ernst war. Sie sagte, sie wolle nicht, dass Brett bleibt, weil er eigentlich mein Halbbruder sei. Nein, ich verstand nicht. Ich fragte, ob mein Vater auch Brads Vater sei. Und dann wurde ich wütend. Ich dachte, meine Mutter hätte nicht gewusst, wer mein Vater ist. Ich öffnete die Tür und wollte sie gerade anschreien, als sie mir sagte, was wirklich los war. Ich war adoptiert worden. Also eigentlich war ich von meiner Tante entführt worden, als ich geboren wurde. Es ist eine lange, schreckliche Geschichte, aber im Grunde genommen waren meine biologischen Eltern ein reiches Paar. Aber sie hatten Schwierigkeiten, schwanger zu werden. Meine leibliche Mutter hatte eine beste Freundin namens Ashley, der sie alles erzählte. Aber Ashley war heimlich in meinen Vater verliebt. Sie verführte meinen Vater, bis sie eines Nachts miteinander schliefen und Ashley schließlich schwanger wurde. Mein Vater war so glücklich und versprach Ashley, dass er helfen würde, das Baby aufzuziehen. Aber dass er sich nicht von meiner Mutter scheiden lassen könnte. Das machte Ashley wütend. Sie wollte meinen Vater ganz für sich und wollte, dass ihr Kind seine Firma erbt. Zur gleichen Zeit wurde meine leibliche Mutter mit mir schwanger. Und als mein Vater das herausfand, vergaß er Ashley schnell und versuchte, den Fehler dieser Nacht zu vergessen. Das machte Ashley natürlich noch wütender, aber sie gab immer noch vor, mit meiner Mutter befreundet zu sein. Als bei meiner Mutter die Venen einsetzten, war mein Vater auf einer Geschäftsreise. Und Ashley bezahlte jemanden, sich in das Krankenhaus zu schleichen und mich zu entführen. Diese Person war meine Tante. Sie tat es, weil sie verzweifelt Geld brauchte. Also schlich sie sich als Krankenschwester verkleidet rein und stahl mich mitten in der Nacht. Aber sie war nicht kaltblütig genug, um mich einfach wegzuwerfen oder in einem Kinderheim zu lassen. Also brachte sie mich zu ihrer Schwester und erzählte ihr, dass sie mich verlassen auf der Straße gefunden hatte. Ihre Schwester, die nie heiraten, aber immer Mutter werden wollte, war so glücklich und beschloss, mich aufzuziehen. Aber ein paar Tage später war es überall in den Nachrichten. Ein vermisstes Baby. Es gab eine genaue Beschreibung meiner Kleidung und sogar ein Foto von mir, kurz nachdem ich geboren worden war. Es war nicht zu leugnen, dass ich das vermisste Baby war. Meine neue Mutter konfrontierte meine Tante damit und fand die Wahrheit heraus. Meine Tante sagte, dass es keine Möglichkeit gäbe, mich zurückzugeben, da meine Tante bereits das ganze Geld ausgegeben hatte, das man ihr bezahlt hatte, um einige Schulden zu begleichen. Und sie wollte nicht ins Gefängnis gehen, also beschlossen sie mich aufzuziehen, als wäre ich wirklich ihr eigenes. Das Geheimnis wäre immer noch vor mir verborgen gewesen, wenn ich Brad nicht mit nach Hause gebracht hätte. Meine Mutter war so schockiert, dass ich den Sohn von meinem Vater und Ashley zu ihr nach Hause gebracht und ihn ihr als meinen Freund vorgestellt hatte. Als meine Mutter mir das alles erzählte, saß ich einfach nur erstarrt da. Es war absolut unfassbar. Ich fühlte mich krank. Sie hatten mich all die Jahre belogen. Und noch schlimmer, mein Freund war in Wirklichkeit mein Halbbruder. Mein ganzes Leben war ein einziges großes Chaos. Ich hasse dich, Mama, und ich hasse dich auch, sagte ich zu meiner Tante. Du hast diesem bösen Monster Ashley geholfen zu bekommen, was sie wollte. Und jetzt hast du mein Leben ruiniert und mir meine Familie weggenommen. Meine Mutter wollte mich umarmen, aber ich wollte sie nicht in meiner Nähe haben. Wir saßen beide nur da und weinten. Sie versuchte, mich zu beruhigen und zur Ruhe zu kommen. Dann seufzte sie und sagte, Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Dein ganzes Leben habe ich versucht, es wieder gut zu machen. Ich dachte, meine Liebe zu dir wäre genug. Was Ashley betrifft, nun, ich habe gehört, dass sie am Ende nicht bekommen hat, was sie wollte. Was, warum? Das verstehe ich nicht. Aber sie hat mich doch tatsächlich entführt, oder? Ich wischte mir die Tränen ab und sah sie an. Ja, Schätzchen, aber ihr Hauptziel war es, die Frau deines Vaters zu werden. Aber das ist offensichtlich nicht passiert. Dann fuhr sie fort. Nachdem meine Tante mich entführt hatte, hatte Ashley Brett zur Welt gebracht. Und war so glücklich bei dem Gedanken, dass meine Eltern kein Baby mehr hatten und dass mein Vater nun meine Mutter verlassen und zu ihr ziehen würde. Aber so war es nicht. Ja, ihre liebe Tochter wurde ihnen weggenommen. Aber mein Papa blieb trotzdem bei meiner Mama und liebte sie noch mehr. Mein Vater kam nicht mit Ashley zusammen, aber scheinbar half mein Vater immer noch, Brett großzuziehen. Sie haben sicher kein schlechtes Verhältnis, denn ich habe Brett schon oft über seinen Vater reden hören. Jetzt gab es nur noch eins. Ich musste meine biologischen Eltern finden und den Rest der Geschichte rausfinden. Sie verdienten zu wissen, dass ich am Leben war. Aber was würde ich jetzt mit Brett machen? Ich würde irgendwie mit ihm Schluss machen müssen. Ja, mein Vater ist gut. Ich würde gut sein, darf ich mich談. routine Bis zum nächsten Mal. Liebe